so das sortiment fantasy von feistl schönes familiensortiment die römischen lichter luftpfeifer frösche bisschen kat 1 paar bilder genial kaum auf richtig schöne qualität hier haben wir fünf raketen da haben wir so ein extrabeutel mit dem kleinzeug stellen wir kurz die raketen auf und dann machen wir aber erst mal das kleinzeug würde ich sagen und da bekommen wir schon besucht ja macht das wir wollen ja gerade nichts und haben wir hier noch die flash und dann hier noch kleinere ohne namen die schütten nur den effekt aus das ist ein römisches licht oder ja das kannst du mal aufmachen da oben sind so viele dinge drin hier ist eine fontaine die klammern dann haben wir hier böller das kat 1 können wir mal kurz antesten die ist hier unten zum reinstecken ja ja das zum reinstecken kann es einfach wieder rein machen machen wir mal ganz kurz hier kat 1 wo ist denn der brenner ach hier tolle biene hier von mognico das war ja alles so ziemlich eins so wie kommen wir jetzt hier ran gar nicht so wie kommen wir mal hier was für ein geiles altes design hier können wir auch mal kurz auf hersteller und so gucken ja piepenbock pyrotechnik und von w1 ja die fahren nur langsam nicht so w1 hersteller sagt mir jetzt auch nichts gucken wir mal ich glaube wenn wir noch eine machen reicht das unter die anderen noch mal machen so feuerkreisel die können wir auch kurz antesten grau lunte aus uns klar sehr schön aua ich verbrenne mich immer nur bei cut 1 so ist es der letzte würde ich sagen komm auf den nassen boden auch nicht so gut dann haben wir hier fünf frösche mal gucken ob die auch noch trau lunte näher im viskum das geht es geht wir sind schon nicht schlecht und den letzten füro krecker krecker feistel k4 und importiert durch pintenrock war auch nicht anders zu erwarten ja die sind gut die verarbeitung ist auch schön ja die sind schon gut mich laut so haben wir jetzt noch ich habe mir eben schon mal super drin ich glaube eine packung reicht wenn wir da eine machen das wird auch ja auch k4 hersteller teilen da hinten bekommen wir besuch auch machen wir hier noch mal kurz eine pause naja da ist noch zeit ich habe hier nachher aber auch genug von bellern für heute ja zuerst mal so dann haben wir noch die lufthäule ja die werden wir mal einmal kurz antesten und dann reicht mir das alles oder ja schmeiß mal oben da unten rein ja auch k4 importiert durch pippenrock ich kann mich auch da rüberwerfen ist doch geiler das stimmt so eine noch und dann ist gut naja ist aber auch das finale genau aber genug gehalt so reicht oder ja dann machen wir jetzt noch diese fontäne da und dann kommen wir schon zu den raketen wo sind sie? ach da hier was ist das eigentlich? daclerautos silberblitzfontäne feistel pyrotechnik das set wird übrigens so in 90er jahre sein also ja vermutlich so 97 oder 96 so was ja ok 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 oh ok ich bin ja nochmal richtig Gas hier oaa das war ordentlich das römische licht perfekt hast du schon vorbereitet hier fleißig ich bin hast du gut gemacht das hätte ich jetzt vergessen wow gut dann ohne römisches licht dann machen wir halt die raketen das ist schon interessant jetzt hier teufel heißt die oh das römische licht endlich mal dass es doch noch anfängt weißt es hat so lange gewartet darauf dass es bezündet wird da hat es sich gedacht jetzt kann ich auch noch ein bisschen warten dann machen wir jetzt erst mal die raketen so teufel heißt die hier richtig schön oldschool bin gespannt wird eine schüttrakete sein oh geil das ist sehr schön aber das explodiert oder nicht ja das war eigentlich mehr ausschütten noch eine sehr schöne raketen ja auf jeden fall die sind echt schön mal eine flash flash sehr geil richtig geil noch mal teufel noch mal teufel ja ja das wäre es jetzt auch zum abschluss von dem set sehr geil ja das war's mit dem set das war's mit dem set